Sie brauchen Drucker mit hoher Kapazität, die schnell drucken, Farben ausgezeichnet wiedergeben und günstig im Verbrauch sind. Nicht jede Drucktechnologie auf Tonerbasis schafft das. Wir stellen vor, die Drucker der Reihe RISO ComColor GD von Pitney Bowes. Diese Drucker vereinen Inkjet-Druck mit innovativen Merkmalen für noch mehr Effizienz, ohne Qualitätseinbußen bei schnellem Druck für Ihre Prints- und Mailaufträge. Der ComColor GD druckt bis zu 160 eindrucksvolle Farbseiten pro Minute zu einem günstigen Preis. Beidseitiger Druck bei gleich hoher Geschwindigkeit. Im Unterschied zu Tonerdruckern verwendet der ComColor GD eine kalte Drucktechnologie, die statisches Aufladen und ein Aufrollen des Papiers verhindert. Somit werden Papierstaus in der Weiterverarbeitung ausgeschlossen. Sie müssen nicht warten, bis das Papier zum Falzen und Kuvertieren abgekühlt ist oder es noch rütteln. Sie sparen daher viel Zeit bei noch höherer Produktivität. Mit hochleistungsfähigem Papiereinzug, Ausgabetisch und Fieri-Rip für effiziente und datenvariable Druckaufträge mit dem ComColor GD. Als besonderes Plus hat der Drucker eine effiziente, intelligente Konstruktion für einen sparsamen Energieverbrauch. Damit ist er umweltfreundlich und hat niedrige Gesamtbetriebskosten. Insgesamt hilft Ihnen der RISO ComColor GD von Pitney Bowes, ansprechende farbige Druckerzeugnisse für Ihre Kunden noch schneller und günstiger denn je herzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Internet.